Hallo und willkommen zu meinem neuen Video, hier wieder mal aus der Rubrik Objektschutz. Ich habe hier wieder mal eine schöne Alarmanlage zum Testen und Ausprobieren bekommen, und zwar die Alarmanlage von Blaupunkt SA2900R. Hierbei handelt es sich um das Starterkit, und zwar im Starterkit ist alles vorhanden, was man braucht, um diese Alarmanlage sofort in Betrieb zu nehmen und zum Beispiel einen Raum, einen Eingangsbereich oder vielleicht auch ein kleines Geschäft zu schützen. Wo liegen die Vorteile bei dieser Alarmanlage? Hierbei handelt es sich um eine Alarmanlage, die kein LAN und natürlich auch kein WLAN benötigt, um in Betrieb genommen zu werden. Das heißt, diese Alarmanlage kann komplett autark betrieben werden. Wir können allerdings diese Alarmanlage auch noch von außen kontaktieren und die Alarmanlage kann uns natürlich auch kontaktieren. Hierfür benötigen wir eine SIM-Karte, das heißt, man macht sich einfach einen Prepaid-Vertrag oder einen etwas günstigeren Handyvertrag und legt hier die SIM-Karte ein und somit kann die Alarmanlage mit dem Smartphone kommunizieren. Das heißt, sie kann uns im Alarmfandel anrufen und natürlich auch eine SMS zusenden. Somit ist natürlich die Alarmanlage autark nutzbar. Sie verfügt auch über einen integrierten Akku. Dieser kann die Alarmanlage für 18 Stunden mit Energie versorgen. Das heißt, selbst bei einem Stromausfall kann diese Alarmanlage uns benachrichtigen und kann natürlich auch weiterhin mit den Sensoren kommunizieren. Noch ein wichtiger Punkt bei dieser Alarmanlage. Diese Alarmanlage verwendet ein Rolling-Code-System. Das ist auch sehr sinnvoll. Somit ist diese Alarmanlage natürlich geschützt vor zum Beispiel Einbrechern, die hier einen Funkscanner verwenden und eventuell das Funksignal der Alarmanlage abgreifen und hier dann versuchen, die Alarmanlage von außen unscharf zu schalten oder in irgendeiner Form unsere Sensoren zu manipulieren. Diese Anlage sowie natürlich auch die Sensoren verfügen über Sabotage-Schutzeinrichtungen. Das heißt, wenn man natürlich auch versucht, diese Sensoren manuell zu sabotieren, wird dieses hier scheitern. Schauen wir uns den Karton einfach nochmal von der Rückseite an. Auf der Rückseite sehen wir hier verschiedenes Zubehör, was noch hinzu erworben werden kann. Es gibt natürlich noch viel mehr Zubehör. Ich verlinke euch einfach mal eine Webseite unten in der Videobeschreibung, wo ihr das weitere Zubehör einsehen könnt. Da ich es auch gerade hier sehe, hier ist noch der alte Sensor DC-S1 in diesem Set enthalten. In dem neueren Set, was zum Beispiel auch in einer Aldi-Aktion im Dezember 2019 hier angeboten wird, ist dann der neue Sensor enthalten. Hier habe ich einfach mal einen beispielhaft. Dieser neue Sensor, der DC-S4. Dieser Sensor wird dann in dem neuen Set enthalten sein. So, wir schauen jetzt einfach mal in dieses Set hinein. Ich habe jetzt einfach mal die Komponenten herausgeholt. Wir sehen, wir haben unsere Alarmzentrale, das dazugehörige Befestigungsmaterial, die Stromversorgung, einen Bewegungsmelder, hier noch den alten Fenster- oder Türkontakt. Wie gesagt, dieser wird durch den neuen Türkontakt, durch den DC-S4, dann ersetzt werden. Allerdings werden natürlich auch die alten Türkontakte weiter mit dieser Anlage funktionieren. Bevor wir nun die Zentrale in Betrieb nehmen, entnehmen wir auf der Rückseite die Abdeckung. Unter dieser Abdeckung befindet sich ein On-Off-Schalter. Wenn wir diesen auf On schalten, wird der in der Anlage verbaute Notstrom-Akku aktiviert. Dieser kann die Zentrale für bis zu 18 Stunden mit Notstrom versorgen. Das reine Einschalten der Anlage erfolgt dann schlussendlich durch Einstecken des Netzsteckers. Bevor wir allerdings die Anlage in Betrieb nehmen, empfehle ich hier natürlich eine SIM-Karte einzulegen. Ich habe hier eine SIM-Karte beschafft. Diese SIM-Karte sollte natürlich eine richtige SIM-Karte sein, also eine SIM-Karte, mit der man telefonieren und SMS verschicken kann. Sofern die Zentrale auf einen Wachdienst aufgeschaltet werden soll, so muss die SIM-Karte natürlich auch den Datentransfer unterstützen, also auch internetfähig sein. Und da wir gerade bei der SIM-Karte sind, wenn wir die SIM-Karte eingelegt haben, hier noch ein wichtiger Hinweis, wir können natürlich diese Alarmzentrale auch auf eine Wachzentrale aufschalten. Dieses ist möglich, wenn die Wachzentrale CID-SIA unterstützt. In diesem Fall empfehle ich dann aber auch, die Konfigurationen für die Wachzentrale vom Dienstleister vornehmen zu lassen. Bei der ersten Betriebnahme ist der Akku hier wahrscheinlich noch nicht geladen, was also bedeutet, wir stecken erstmal unseren Netzstecker hier in die Anlage ein, verbinden den Netzstecker mit einer ganz normalen Schuko-Steckdose, schalten die Anlage ein und schließen den Rückdeck. Ist die Anlage nun hochgefahren, beginnen wir mit der Konfiguration, indem wir unsere Landessprache auswählen. Hierfür betätigen wir die OK-Taste und wählen unsere Landessprache mit dem Pfeiltasten aus. In meinem Fall wäre das Deutsch. Dieses bestätigen wir durch OK. Die hier gewählte Spracheinstellung kann natürlich auch nachträglich noch im Menü verändert werden. Nun bietet uns die Alarmanlage ein Drei-Schritt-Easy-Setup an, das heißt eine Art Schnelleinrichtung in drei Schritten. Wir lassen diese einfach mal durchlaufen, indem wir das mit OK bestätigen. Als erstes fragt die Alarmanlage nach unserer SIM-Karte oder mehr sagen nach dem PIN der SIM-Karte. Soll die SIM-Karte noch über einen PIN verfügen, müssen wir diesen hier eingeben. Wie gesagt, ich empfehle es bei der SIM-Karte, den PIN im Vorfeld zu entfernen. Ist das nicht geschehen, können wir den PIN natürlich jetzt hier eingeben. Ich habe ihn schon im Vorfeld entfernt, also bestätige ich das einfach ohne Eingabe. Als nächstes können wir noch eine Alarmierungstelefonnummer hinterlegen. Das ist eine Telefonnummer, die im Alarmfall von der Alarmanlage angerufen wird oder an die wir eventuell auch eine Alarmierungs-SMS versenden können. Wir bestätigen das auch wieder mit OK und geben hier unsere Telefonnummer ein. Haben wir diese eingegeben, bestätigen wir das mit OK. Der nun folgende Schritt ist sehr wichtig. Hier müssen wir der Anlage einen neuen PIN-Code vergeben. Der PIN-Code ist dazu da, um zum Beispiel die Alarmanlage zu entsperren. Das ist der Code, den wir eingeben müssen, um die Alarmanlage zum Beispiel unscharf zu schalten. Bitte wählt hier einen sicheren PIN-Code, bestehend aus vier Zahlen. Ich wähle jetzt einfach mal einen einfachen aus Demonstrationszwecken. Bitte, wie gesagt, einen sicheren Code hier vergeben. So, wir haben nun alle Einstellungen vorgenommen und können im Notfall eventuell hier nochmal das Setup wiederholen, falls wir hier irgendwelche falschen Einstellungen vorgenommen haben oder das Setup beenden. Allerdings ist es nun wichtig, ist an diese Anlage noch kein Sensor angemeldet, so müssen wir jetzt unsere Sensoren mit der Anlage verbinden. Das geht ziemlich einfach. Wir nehmen unsere Sensoren und auf der Rückseite befindet sich ein kleiner Streifen im Sensor. Diesen ziehen wir heraus und so verbinden wir die Batterie mit dem inneren Kontakt und der Sensor ist somit einsatzbereit. Durch Betätigen des Sensors, in diesem Fall hier oben diese Taste, wird dieser Sensor mit der Alarmanlage verbunden. Haben wir nun den ersten Sensor auf diese Art und Weise angelernt, können wir das Setup beenden. Jetzt kommen wir noch zum Montieren der Sensoren. Die Anlage gibt uns hier an, dass wir die Sensoren nach Bedienungsanleitung montieren können. Hier auch nochmal ein kleiner Tipp. Wir können nun mit diesem Sensor zum Montageort gehen und ihn einfach mal testen. Und wir sehen, dass die Anlage durch einen Signalton und durch eine Zahl, die uns die Empfangsstärke angibt, den Empfang des Sensors quittiert. Hier in meinem Fall habe ich eine Empfangsstärke von 9. Für einen reibungslosen Betrieb der Sensoren entfiehlt der Hersteller eine Mindestsignalstärke von 5. Diese sollte nicht unterschritten werden. Ist hier alles in Ordnung, können wir nun die Sensoren montieren. Hierfür natürlich auch den Sensor so montieren, dass der Sabotagekontakt hier hinten ordnungsgemäß aktiviert wird. Ich simuliere das jetzt einfach mal durch Überkleben mit einem Klebeband. Und somit habe ich den Sensor nun montiert. Und wir können ihn auch, wie gesagt, nochmal durch Öffnen und Schließen des Fensters hier in diesem Fall testen. Haben wir den ersten Sensor montiert, können wir nun auch alle weiteren Sensoren genau auf dieselbe Art und Weise montieren und testen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Bewegungsmelder. Auch hier dasselbe noch einmal. Kommen wir noch zum letzten Sensor, der im Lieferumfang enthalten war. Das ist hier diese Fernbedienung. Diese öffnen wir am besten mit einem Geldstück hier hinten. Legen die im Lieferumfang enthaltene Batterie ein. Somit ist dieser Sensor auch einsatzbereit. Und wir können ihn auch verbinden. Haben wir nun alle Sensoren montiert, können wir dieses Setup beenden, indem wir einfach hier das Schlossauf-Symbol betätigen. Und unseren PIN-Code eingeben. Und haben somit die Alarmanlage konfiguriert. So, da wir nun unsere Alarmanlage in Betrieb genommen haben, möchte ich noch einmal auf einen wichtigen Punkt hinweisen. Diese Alarmanlage hat ja jetzt eine SIM-Karte. Und es wäre natürlich auch sinnvoll, wenn diese Alarmanlage ausreichend Empfang hat. Das heißt, bevor wir sie eventuell fest verbauen oder fest montieren, können wir hier noch einmal die Empfangsstärke unseres Mobilfunkanbieters testen. Um dieses zu bewerkstelligen, entsperren wir unsere Anlage und geben hier wieder unseren PIN ein. Wir bestätigen das mit OK. Hier im Menü navigieren wir nach unten und suchen den Punkt GSM-Entfang. Der hier gemessene GSM-Entfang sollte mindestens eine Signalstärke von 5 aufweisen. Unter einer Signalstärke von 5 ist der Empfang nicht mehr ausreichend und eine saubere Funktion kann hier nicht mehr gewährleistet werden. Wir testen einfach hier mal unseren GSM-Entfang und wir sehen, ich habe hier eine Signalstärke von 9. Das wäre ausgezeichnet. Da wir auch gerade bei der Signalstärke sind, vorhin bei der Einrichtung, haben wir ja unsere Sensoren getestet. Das heißt, hier die Signalstärke getestet. Dieses kann man natürlich auch im Nachhinein noch einmal durchführen, indem wir einfach wieder im entsperrten Zustand unsere Anlage, unseren PIN-Code in die Anlage eingeben, dieses bestätigen. Hier wieder nach unten scrollen, den Punkt Funktest suchen und diesen einfach mal auswählen. Die Anlage begibt sich nun in den Testmodus und wir können nun unsere angeschlossenen Sensoren noch einmal testen. Das heißt, haben wir sie an einem bestimmten Ort verbaut oder wollen sie an einem bestimmten Ort verbauen, testen wir einfach hier diesen Funksensor, indem wir hier die Taste betätigen und wir sehen dann dementsprechend, dass unser Funksensor hier mit der Anlage ordnungsgemäß verbunden werden kann. Wir sehen unsere Signalstärke und können dann so sicherstellen, dass dann auch unsere Sensoren ordnungsgemäß an dem Montageort funktionieren. Kommen wir noch zur Bedienung unserer Anlage. Wir sehen hier unser Hauptdisplay. Dieses zeigt uns unseren Status der Alarmanlage an. Wir haben hier zwei LEDs, einmal die Power-LED. Wenn diese grün leuchtet, ist unsere Anlage natürlich in Betrieb. Und hier unten eine Meldungs-LED. Diese LED ist sehr wichtig. Diese LED signalisiert uns zum Beispiel Fehler an der Anlage oder am System. Ich demonstriere hier einfach mal einen Fehler. Wir haben hier einen Fensterkontakt und wir lösen jetzt hier einfach mal eine Sabotage aus. Ich habe jetzt hier einfach diesen Sabotagekontakt manipuliert. Ich habe ihn abgeklebt. Und durch Lösen des Klebebands löse ich jetzt hier den Sabotagekontakt aus. Und wir sehen hier eine Fehlermeldung. Um diesen Fehler auszulesen, können wir auch wieder in unser Hauptmenü hineingehen, indem wir im Entsperrtenmodus unseren PIN-Code eingeben, OK drücken und hier die Fehleranzeige aktivieren. Das heißt, unser Fehlerprogramm anzeigen. Und wir sehen dann dementsprechend, dass unser Sensor Nummer 2 eine Sabotage aufweist und hiermit den Fehler ausgelöst hat. Und hier können wir dann diesen Fehler einfach löschen. So, wird dann dementsprechend unser Sensor wieder ordnungsgemäß montiert, ist dann auch hier die Fehlermeldung verschwunden und das System ist wieder einsatzbereit. Wir haben dann des Weiteren unsere Navigationstasten auf Ab, die C- oder Zurück-Taste und die Enter-Taste zum Bestätigen. Hier unten haben wir unser Eingabefeld. Dieses wird wie gesagt verwendet, um unseren Code einzugeben. Und hier haben wir unsere drei Modis, einmal unscharf, einmal der Hausmodus und der Scharfmodus. Der Hausmodus ist ein Modus, den wir benutzen, wenn wir uns im Haus befinden. Hier können wir einzelne Sensoren dem Hausmodus zuordnen. Das heißt, wir grenzen hier einzelne Sensoren aus. Ich würde zum Beispiel empfehlen, einen Bewegungsmelder hier hinzuzufügen. Das heißt, wenn wir diesen Modus aktivieren, wird der Bewegungsmelder ignoriert, aber zum Beispiel die Glasbruch-Sensoren oder eventuell hier diese Tür- oder Fenstersensoren werden weiter überwacht. Und somit kann dann dementsprechend auch die Alarmanlage auslösen, ohne jetzt die Fehlalarme auszulösen, die wir zum Beispiel auslösen, wenn wir jetzt im Haus uns bewegen und hier uns vor dem Bewegungsmelder bewegen. So, wir testen das einfach mal. Ich schalte jetzt einfach mal die Alarmanlage scharf. Und wir haben hier gleich eine Fehlermeldung bekommen. Unsere Tür ist offen. Diese Fehlermeldung liegt daran, dass ich hier quasi mein Fenster oder meine Tür noch geöffnet hatte. Also schließen wir jetzt einfach mal unseren Kontakt, indem wir hier einfach diese beiden Sensoren nebeneinander bringen und versuchen jetzt einfach noch einmal die Alarmanlage scharf zu schalten. Wir sehen, hier zählt ein Countdown runter. Dieser Countdown ist dazu da, dass wir jetzt die Wohnung verlassen können. Und wenn dieser Countdown heruntergezählt hat, schaltet unsere Anlage scharf. Hat der Countdown heruntergezählt, ist nun unsere Alarmanlage scharf geschaltet und jetzt löst die Alarmanlage aus, wenn zum Beispiel ein Einbruch erfolgt. Ich simuliere das jetzt einfach. Wir gehen jetzt einfach mal zur Haustür herein. Das heißt, ich tue jetzt hier diesen Tür-Fenster-Kontakt auslösen. Wir sehen, jetzt zählt hier ein Countdown herunter. In diesem Countdown können wir oder währenddessen dieses Countdowns können wir unseren Code eingeben oder mit der Fernbedienung entsperren. Ich gebe jetzt hier einfach mal den Code ein und entsperre die Anlage, indem ich hier die OK-Taste betätige. Und somit habe ich den Alarm unterbrochen. Diese gerade eben angezeigte Ein- und Ausgangszeit können wir natürlich auch im Menü einstellen. Wir geben hierfür einfach nochmal unseren Code im entsperrten Zustand ein, bestätigen diesen mit OK. Wir geben uns in die Einstellungen, müssen hier das Masterpasswort eingeben. Im Auslieferungszustand ist das 111. Wir bestätigen dieses, hier scrollen wir herunter, wählen allgemeine Einstellungen. Hier können wir den PIN-Code ändern, den Mastercode ändern, die Eingangszeit verändern. Wir bestätigen das einfach mal mit OK. Wir sehen, die Eingangszeit beträgt hier 20 Sekunden. Wir können diese hier herauf- oder herabsetzen, bestätigen diese. Die Ausgangszeit können wir hier auch verändern. Das heißt, hier haben wir 30 Sekunden. Wenn uns das nicht ausreicht, gehen wir dann dementsprechend auf 40 Sekunden oder mehr. Und wir können dann dementsprechend auch eine Türklingel einstellen. Dieses ist sinnvoll, wenn wir zum Beispiel ein Geschäft betreiben, können wir die Sensoren so einstellen, dass sie wie eine Türklingel fungieren. Das heißt, wenn wir dieses wählen, können wir dann unsere Türklingeloptionen einstellen. Und können dann so sicherstellen, wenn jemand die Tür betritt, dass er keinen Alarm auslöst, sondern ein Klingelgeräusch auslöst. Dieses ist natürlich sinnvoll, zum Beispiel für Geschäfte. Wir gehen hier nochmal raus, schauen nochmal weiter in dem Menü. Wir sehen hier auch den Punkt Zeit. Wir haben ja gesehen, die Zeit hat ja hier noch nicht gestimmt. Wir stellen jetzt einfach mal die Uhrzeit hier ein. Das heißt, wir können hier mit der Herauf-Herab-Taste unsere Stunden wählen, die Minuten. Und dieses so einstellen. Dasselbe geht natürlich auch mit dem Datum. Hier können wir dann unser Datum auswählen und dieses dann speichern. Dann haben wir noch den Punkt interne Sirene. Diese ist standardgemäß eingeschaltet, kann aber unter diesem Punkt deaktiviert werden. Dieses kann man zum Beispiel durchführen, wenn die Anlage mit einer Außensirene, wie zum Beispiel die BX-S1, oder einer Innensirene, wie zum Beispiel die SR-S1 und SRA-C-S1 verbunden hat. Somit werden dann nur diese Sirenen angesprochen. Das Verwenden zusätzlicher Sirenen erhöht natürlich den Sicherheitsfaktor, da so der Einbrecher sich natürlich zuerst auf die Suche nach den Sirenen begibt und in diesem Fall natürlich nicht gleich die Anlage findet. Da ich aber im Moment hier keine zusätzliche Sirene verbaut habe, lasse ich die interne Sirene natürlich aktiviert. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, das Anlernen von weiterem Zubehör. Wir können ja sehr viel weiteres Zubehör hierzu erwerben. Ich habe jetzt einfach mal diesen Tür-Fenster-Kontakt. Um diesen anzulernen, begeben wir uns wieder in das Hauptmenü. Das heißt, im unscharf geschalteten Modus geben wir hier wieder unseren Code ein, bestätigen diesen. Navigieren nach unten, wählen den Punkt Einstellungen, geben den Masterpin ein. Und wählen hier den Punkt Sensoren. Diesen wählen wir aus. Und hier finden wir Sensoren hinzufügen, Sensoren ändern zum Bearbeiten und Sensoren entfernen, wenn wir zum Beispiel Sensoren hier aus der Anlage herausnehmen wollen. Ich will einen hinzufügen, ich wähle OK, nehme nun meinen neuen Sensor, betätige die Taste am Sensor, bestätige den Empfang hier. Jetzt können wir unsere Zone wählen. Jeder Sensor hat eine Zone. Ich wähle hier die Zone Nummer 4. Hier wählen wir nun aus, zu welcher Kategorie dieser Sensor gehört. Ich habe es ja vorhin erklärt. Wir haben hier zwei Kategorien, einmal scharf schalten und einmal den Zuhause-Modus. Wir können hier den Zuhause-Modus anwählen. Wir sehen hier in der Einstellung ist Zuhause-Modus ausgeschaltet. Das heißt, dieser Sensor würde immer mit berücksichtigt. Würden wir hier Zuhause-Modus einwählen, hätten wir einen Sensor, der im Zuhause-Modus nicht berücksichtigt werden würde. Des Weiteren können wir natürlich auch diesen Sensor noch in einen Eingangssensor konfigurieren. Was also bedeutet, wenn dieser Sensor ausgelöst wird und wir haben hier Eingangssensor gewählt, so wird ein Countdown ausgelöst und wir haben hier eine gewisse Zeit, unsere Anlage zu entsperren. Jetzt können wir hier einen Namen vergeben. Dieses ist sinnvoll, wenn wir den Sensor zuordnen wollen. Wir können natürlich auch diesen Namen noch nachträglich ändern oder dann dementsprechend noch editieren. Das ist also alles noch möglich. Wir bestätigen den Namen mit OK und speichern diesen Sensor ab. Zu den Sensoren noch ein Hinweis. Auf diese Art und Weise können bei diesem Set noch 30 Sensoren hinzugefügt werden. So, nun haben wir unsere Anlage soweit eingerichtet, dass sie eigentlich im Großen und Ganzen betriebsbereit ist. Kommen wir noch zur Fernbedienfunktion. Neben der Bedienung der Alarmanlage über das Panel oder über eine Fernbedienung steht uns nun auch eine App für die Bedienung zur Verfügung. Hierfür müssen wir erstmal eine Einstellung nochmal an der Alarmanlage vornehmen. Das heißt, wir gehen wieder im entsperrten Zustand in das Menü durch Eingabe unseres PIN-Codes, bestätigen diesen. Wir navigieren im Menü nach unten, suchen den Punkt Einstellungen, geben hier den Mastercode ein, navigieren nach unten und suchen den Punkt SMS-Schlüssel. Diesen Punkt bestätigen wir und vergeben nun hier einen SMS-Schlüssel. Das heißt, wir klicken hier auf OK und geben nun hier einen individuellen Schlüssel ein. Bitte seid hier etwas kreativ. Ich gebe jetzt hier mal einen ganz einfachen Schlüssel ein. Man sollte natürlich hier einen deutlich sicheren Schlüssel wählen. Haben wir den Schlüssel erstellt, bestätigen wir ihn. Haben wir nun unseren SMS-Schlüssel hinzugefügt, kommen wir noch einmal zu unseren Rufnummern. Wir wählen hier im Menü den Punkt Rufnummern und bestätigen diesen. Hier können wir nun Telefonnummern hinzufügen. Aufzeichnen bedeutet, wir können hier eine Sprachnachricht aufzeichnen, die dann schlussendlich an unser Telefon gesendet wird, wenn wir hier zum Beispiel einen Alarmfall haben. Testmeldung, diese ist sehr wichtig. Hiermit können wir eine Testmeldung an unser Smartphone schicken, um die Telefonnummern oben auszuprobieren. Beginnen wir also mit unseren Telefonnummern. Haben wir hier noch keine eingegeben, können wir nun hier unsere Telefonnummern eingeben. Wir haben hier die Speicherplätze A bis F zur Verfügung, das heißt sechs Speicherplätze. Wir können also hier sechs Rufnummern eingeben. Diese Rufnummern haben Prioritäten. A hat die höchste Priorität und F dementsprechend die niedrigste Priorität. Wir geben jetzt hier einfach mal eine Rufnummer ein. Das heißt, wir wählen hier den Punkt aus, geben unsere Telefonnummer hier ein. Haben wir die Telefonnummer eingegeben, bestätigen wir diese. Und jetzt wählen wir, soll an diese Telefonnummer im Alarmfall eine Sprachnachricht geschickt werden oder eine SMS-Nachricht. Diese Punkte können wir nun hier frei wählen. Ich wähle jetzt hier einfach mal SMS-Nachricht, bestätige dieses. Und jetzt können wir noch den Typ der Nachrichten auswählen, die hier versendet werden sollen. Alle Ereignisse, Alarmereignisse oder Statusereignisse. Je nachdem, was hier für eine SIM-Karte eingelegt ist, müssen wir die Kosten etwas im Blick behalten. Haben wir hier eine Flatrate, können wir alle Ereignisse auswählen. Wollen wir hier eventuell etwas Geld sparen, würde ich empfehlen, hier Alarmereignisse auszuwählen. Wir können nun noch weitere Telefonnummern hinzufügen. Wie gesagt, bis zu sechs Telefonnummern können hier eingegeben werden. Um nun auf unsere Alarmanlage komfortabel per Smartphone zugreifen zu können, suchen wir die Connect-to-Alarm-App im Play Store, App Store und laden diese herunter. Haben wir diese heruntergeladen, öffnen wir diese nun. Hier angekommen, klicken wir oben rechts auf den Punkt hinzufügen und können nun hier unsere Alarmzentrale hinzufügen. Wir können hier einen individuellen Namen für die Alarmzentrale vergeben. Im nächsten Punkt geben wir die Rufnummer unserer Alarmzentrale ein, dann unseren PIN-Code und den vorhin vergebenen SMS-Schlüssel. Haben wir diese Daten eingegeben, speichern wir. Wir sehen nun, wir haben unsere Alarmanlage hier hinzugefügt und können diese jetzt auch einfach öffnen, indem wir auf den Namen der Alarmanlage klicken, unseren PIN-Code eingeben. Somit können wir nun unsere Alarmanlage fernsteuern. Ich möchte jetzt einfach mal die Alarmanlage in den Zuhause-Modus versetzen. Jetzt generiert unsere App eine SMS, die an unsere Alarmanlage verschickt wird. Hier klicken wir nur noch auf Senden. Wir sehen, die SMS ist hier eingegangen. Unsere Alarmanlage hat den Befehl ausgeführt. Wir sehen auch, unsere Alarmanlage gibt uns hier eine Gegenmeldung aus. Das heißt, sie sendet eine SMS an uns, in der sie uns mitteilt, dass sie den Befehl ausgeführt hat. Wir können dann dementsprechend auch die Alarmanlage hier wieder entsperren. Auch einfach diese SMS senden. Wir sehen, die Alarmanlage wurde entsperrt und wir können uns nun so Zutritt zu unserem Haus verschaffen, ohne Alarm auszulösen. Jetzt testen wir einfach nochmal eine Alarmierung aus. Das heißt, ich möchte einfach mal schauen, ob meine Alarmanlage an mich eine SMS versendet, so wie ich es vorhin eingestellt habe, unter den Telefonnummern. Wenn jetzt hier ein Alarmfall eintritt, wir schalten hierfür einfach wieder unsere Alarmanlage scharf. Der Alarm ist eingeschaltet und jetzt simuliere ich einfach mal einen Alarm, indem ich hier den Türkontakt auslöse. Die Alarmierung wird uns nun auch an das Smartphone weitergeleitet. Hierbei ist allerdings noch zu erwähnen, wenn unsere Alarmanlage einen direkten Alarm auslöst, das heißt einen Einbruch erkennt, wird dieser sofort an unsere SMS oder uns per Sprachnachricht zugestellt. Haben wir allerdings einen zeitverzögerten Sensor ausgelöst. So erfolgt die Alarmierung erst nach 30 Sekunden, nachdem der Alarmton an der Alarmanlage ausgelöst wurde. Dieses soll Fehlalarmierungen vorbeugen. Neben der SMS-Alarmierung gibt es ja natürlich auch noch die Alarmierung per Sprachanruf. Ich kann jetzt einfach mal hier eine Testmeldung herausschicken. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Festnetznummer eingegeben, um das auch mal zu testen. Wir wählen diese aus und starten einfach mal einen Testanruf. Und das wäre dann eine Alarmierung per Sprachanruf. Man kann natürlich hier aber auch eine eigene Nachricht einsprechen. So und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angekommen. Noch ein wichtiger Hinweis, diese Anlage wurde mir in der Weise vom Hersteller zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Link zu dem Produkt natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr in meiner Videos schauen? Kein Problem. Okay, abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage immer Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.